Reefd hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Auf Wiedersehen und Danke und im Thumbnail steht Ende und sie schaut zur Seite. Das heißt, ich befürchte, sie hört auf. Wann kam eigentlich so das letzte Video bei ihr? Das weiß ich gar nicht. Vor einem Monat. Sie war bis vor einem Monat aktiv. Die hatte ja schon mal so ein Statement hochgeladen, wo sie gesagt hat, dass sie so schwer körperlich krank ist oder so schwere körperliche Probleme hat. Dann gab es noch mal ein Update, dass es wohl besser wurde. Und dann kam die Anis Sache raus, also mit Ani the Dark, dass die wohl irgendwie das ausgelöst hätte mit ihrem psychischen Druck. Und jetzt kam für einen Monat nichts. Und dann dieses Video. Also bin ich sehr gespannt, was hier drin vorkommt. Ich hoffe das Beste und befürchte, dass es wieder um die Gesundheit geht. Aber schauen wir mal rein. YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem letzten Video. Das ist offensichtlich heute kein besonders lustiges Video. Ich versuche es aber mit besonders wenig tiefen Einatmern und Denkpausen zu machen. Nein, das geht anders. Reefed. Ja, also es fällt mir nicht leicht, dieses Video hier zu machen. Es ist auch wirklich schwer. So muss man das beginnen. Aber so wirkt das ja beinahe nicht geschauspielert. So kennt man das nicht. So geht das nicht. So darf man das nicht. Aber es ist obvious. Nicht so super einfach für mich, das aufzunehmen. Ich habe nicht so eine richtige Struktur für dieses Video. Ich habe es auch wirklich versucht. Aber es fällt mir so unfassbar schwer, die gesamten Gedanken in meinem Kopf zu bündeln. Und ich hoffe, ich kriege das so gut wie möglich jetzt einmal für euch hin. Der eine oder andere erinnert sich eventuell an ein ähnliches Video, was ich vor eineinhalb Jahren letztes Jahr gedreht habe, in dem ich gesagt habe, dass ich jetzt eine Streaming-Pause mache. Das Video heute ist ein bisschen ähnlich, aber es dreht sich darum, dass ich meine gesamten Social-Media-Kanäle alle erst mal pausieren werde. Ich möchte das versuchen, einmal zu erklären. Okay, pausieren heißt aber potenziell nicht für immer. Ich werde es erklären, ohne jetzt zu tief noch mal in Details zu gehen von Sachen, die ich schon mal öffentlich gemacht habe. Aber der grundlegende Punkt ist einfach, dass ich gemerkt habe, dass ich aktuell das Gefühl habe, dass ich mit Social-Media nicht so ganz heilen kann von vielem, was ich für mich verarbeiten muss. Ich dachte es aber tatsächlich auch verständlich, weil Social-Media ist schon sehr belastend. Vor allem, wenn man dann auch jetzt wie Sie in diese Anni-Di-Duck-Thematik verwechselt war, denke ich, dass man da wirklich krass viel Hate bekommt und auch immer wieder mit diesem für Sie wahrscheinlich extrem belastenden Thema konfrontiert wird. Ich habe letztes Jahr ein Video darüber gemacht, dass ich super krass mit diesen Kopfschmerzen zu kämpfen habe und gerne rausfinden würde, warum das bei mir so schlimm ist. Ich habe dann aufgeholt mit Streaming und mit Therapie angefangen und angefangen, mich mehr mit mir und Sachen, die passiert sind, zu beschäftigen und habe dadurch ein bisschen herausfinden können, dass einfach viel der körperlichen Sachen, die ich habe, psychosomatisch bedingt sind, einfach wegen zu viel Stress und Sachen, die die letzten Jahre bei mir passiert sind, die mein Körper nicht so ganz verarbeiten konnte. Es hat bei mir sehr, sehr, sehr lange gedauert, weil meine ursprüngliche Reaktion aufs nicht mehr Streamen war, mir einfach andere Arbeit zu nehmen, die dann auch wieder eigentlich meinen Alltag gefüllt hat. Bis ich dann an dem Punkt war, mich so mit mir zu beschäftigen, dass ich so ein bisschen gecheckt habe, was abgeht und das bedeutet für mich... Ja, ich glaube, da hat sie auch ein Statement gemacht damals und erst danach kam dann raus, dass es anscheinend von Anni kam oder laut ihrer Vermutung durch diese Belastung von Anni kam. Es war wirklich einfach, dass ich Zeit brauche, mich mit mir und meiner Psyche auseinanderzusetzen. Und vor allem dieses Jahr, wo viele der Themen für mich nochmal krass aufgewühlt worden sind, habe ich gemerkt, dass der öffentliche Diskurs meiner Heilung einfach krass im Weg steht. Und das bedeutet, dass ich sowohl privat als auch dementsprechend natürlich auch beruflich einen Abstand von Social Media brauche. Komplett. Und ich verstehe auch, dass einige Leute jetzt sagen, du bist Influencer, du bist Person des öffentlichen Lebens und man muss damit rechnen, dass wenn man Dinge teilt, dass diese öffentlich besprochen werden. Absolut, aber trotzdem kann man sich ja davon zurückziehen, wenn man es nicht aushält. Beziehungsweise wenn man glaubt, dass es anders besser wäre. Ich verstehe das. Das ist auch kein Vorwurf, aber ich kann es einfach nicht mehr. Und ich brauche einen Abstand davon. Dazu kommt natürlich noch, dass ich das Ganze jetzt auch seit 10 Jahren mache. Ich habe mit 14 angefangen, habe das eigentlich durchgangslos... Das ist auch krass. Also mit 14 anfangen und so durchziehen, wie Sie, also wirklich beeindruckend. Ich habe es bis jetzt gemacht, habe dann direkt mit 18, als ich ausgewandert bin, Fulltime-Streaming angefangen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es mir auch mal guttun würde, so ein bisschen rauszufinden, was mir Spaß macht außerhalb von Social Media. Weil mein Leben lang war für mich Social Media. Und ich glaube, das wird mir sehr gut tun. Ich checke auch, dass es timing-wise das beschissenste Timing ist, was ich hätte wählen können. Ja, wenigstens den Dezember hätte man aus einer wirtschaftlichen Sicht auf jeden Fall noch mitnehmen sollen, weil sie hat ja bis vor einem Monat Videos gemacht. Das heißt, bis Anfang November. Und ab Anfang November fängt YouTube eigentlich an, wesentlich mehr Geld auszuzahlen. Das heißt, es ist eigentlich wirklich das schlimmstmögliche Timing. Nächste Woche sind die Stream Awards. Und nächste Woche ist mein großer Merch-Drop. Das sind zwei Projekte, die jetzt quasi das gesamte Jahr durchgeplant wurden, damit ich dann eine Woche vorher sage, Leute, ich bin raus. Aber ich packe es einfach nicht mehr. Ich werde dieses Jahr die... Ja, klar kann man sich nicht aussuchen, absolut. ...Walls nicht selber nominieren. Für mich ist Rezo eingesprungen, spontan, wo ich eben sehr, sehr dankbar für bin. Heißt Rezo und Norway moderieren das wieder. Das war auch absolut keine einfache Entscheidung, aber eine Entscheidung, die ich jetzt für mich treffen musste. Auch Merch lief alles nicht so ganz wie geplant. Ich hatte eigentlich auch ein richtig cooles Merch-Shooting geplant gehabt. Und es ist auch das erste Mal, dass ich selber bei meinem eigenen Merch-Shooting quasi nicht vor Ort war und nur so zu Hause ein bisschen Bilder gemacht habe. Die letzten Monate waren für mich noch mal besonders schwer. Ich hatte einen Todesfall in der Familie, der mich unfassbar rausgeworfen hat und auch immer noch rauswirft, weswegen ich auch die... Ja, das tut mir auf jeden Fall leid für Sie alles, aber es klingt schon sehr glaubwürdig, vor allem wenn man jetzt bedenkt, wie wirtschaftlich unklug sie sich quasi verhält. wird das halt auch wirklich eine Ursache bei ihr haben. Also die hat das sich nicht so ausgesucht und die tut jetzt auch nicht so als ob oder sonst was, weil sonst hätte man das einfach wirtschaftlich nicht so unpassend gelegt. In den letzten Wochen keine... Also das macht es halt sehr krass glaubwürdig. ...YouTube-Videos hochgeladen habe, keinen Instagram-Content und jetzt auch die Awards nicht moderieren kann, weil es sich für mich einfach falsch anfühlt, mich auf die Bühne zu stellen und mit guter Laune ein Event zu moderieren. Es fühlt sich nicht richtig an, ich pack's nicht und ich hoffe, ihr könnt das irgendwie verstehen. Ich check, dass das Timing wirklich unfassbar arsch ist und ich bin da wirklich genauso traurig drüber wie vermutlich einige von euch und ich wollte das Video auch machen, bevor ich den Merch drop, weil ich nicht möchte, dass irgendwer das Gefühl hat, dass ich, keine Ahnung, dass ich irgendwer verarsche oder so. Ich möchte, dass das alles jetzt vorher in diesem Video ist, bevor dieser Drop kommt und die Awards sind und alles. Und gerade weil ich Streaming so liebe und weil ich das eigentlich alles so gerne mache und ich vor allem auch glaube, dass Streaming für mich immer noch eine krasse Leidenschaft ist, auch wenn ich es jetzt schon eineinhalb Jahre nicht gemacht habe, spüre ich... Warte, sie hat eineinhalb Jahre nicht gestreamt? Hä? Okay, Leute, jetzt wird die Runde langsam kleiner. Bereust du es zugesagt zu haben, Julia? Nein, nein. Ist das nicht live? Ja. Ist das nicht live? Naja, keine Ahnung. Ich glaube ihr das mal. Das ist was, was ich gerne mache, was ich auch irgendwo gut kann, was mich erfüllt und ich möchte da auch irgendwann gerne zurückkommen. Und ich glaube, ich muss jetzt hier die Reißleine ziehen von dem Ganzen, bevor ich es überstrapazier. Wenn andere was anderes behaupten, haben sie einfach nicht. Ja, und dann wird es ja auch nur noch schlimmer, dann kann man es nur noch länger nicht machen und dann verschlimmert sich die allgemeine Situation, dann dauert es länger, das wieder zu heilen oder es wird nie wieder komplett gut und so weiter. Vielen Dank für den Folgen. Und ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wie und ich kann vor allem nichts versprechen, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass ich irgendwie gut recoveren kann und das Ganze wieder mache. Würde mich wirklich freuen. Und es fühlt sich so komisch an, weil wir in den letzten zehn Jahren eigentlich nur sich um das Ganze hier getreten haben. Es war mein Beruf, es war aber auch meine Leidenschaft. Und es war deswegen auch... Ja, das ist sehr verständlich. Wenn Hobby und Beruf das Gleiche ist, ist es halt auch immer schwer dazwischen zu trennen, zwischen Arbeit und Privatleben. Auch irgendwo mein Leben und ich bin glücklich, dass es so war. Aber es fühlt sich gerade sehr komisch an, das loszulassen. Aber ich glaube, es ist super wichtig. Ja, in dem Sinne, Dankeschön für den ganzen Support der letzten Jahre. Ich weiß, YouTuber sagen das immer so. Danke Leute, ihr seid die Besten. Aber ich fühle das halt wirklich. Und die letzten zehn Jahre... Das fühlen die aber alle wirklich. Kontaktschuld ist keine Kontaktschuld mehr, wenn es Kontakt ist. Dann ist es nämlich Kontakt. Sub von Robstar. Robstar, vielen Dank für den Sub im neunten Monat. Die Jahre waren wirklich crazy und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich danke fürs Verständnis, fürs Dasein, fürs Einschalten, für den Support. Riesendank an die ganzen YouTube OGs und vor allem Riesendank an meine Twitch-Community. Ihr seid on God die Besten. Ich wünsche euch allen alles, alles Gute von Herzen und ich hoffe, man sieht sich nochmal. Auf Wiedersehen. Boah, ist das so weird. Ich kann es an sie sagen. Ja. Bis... Ich hoffe natürlich, dass sie zurückkehren kann. Klingt tatsächlich sehr, sehr ehrlich, so alles. Ja. Gib ein Like. Ich wünsche Reef nur das Beste. Hat mich jetzt interessiert, was dabei so rauskam. Weil ja, wie gesagt, dieses Ding mit der Ani-Thematik und so weiter zuletzt groß war. Und dann sehen wir uns bald wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch meine Reaktion gefallen hat. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und bis bald.